ist servischt mich noch ins geld geil den zweiten schon da ach alter mann ich weiß doch das nicht mehr so viel hergibst m ich habe mir schluss jetzt können wir die tür wir checken noch die anderen jetzt habe ich zunehmend bedenken dass man gar nicht mehr nach oben kommt um diese andere tür zu bedienen ja ich weiß was du meinst sicher dass das eine tür für zwei war nicht mehr aber wenn man wenn es eine tür für zwei ist kommt da eh und das gruppensymbol ich weiß aber ich erinnere mich nicht ich gehe erst mal dongig und zielang ich gehe erst mal hier wo es hell ist ich habe mich an die rätsel von weiss in the evil gruschelig ich habe sein rätsel nie verstanden ich glaube du sollst auf jeden herz schießen sein herz das ist herz das ist herz das kann alles nicht hier sein ich schau mal was in der quest sie entsteht um einzutreten das verweckte herz mir bringt das tief in der brust erklingt das klingt nach einem zombie skelett mit dem herzen oder whatever auf die plattform das ist nicht ein schuss verfehlen das ist irgendwas grünes das ist irgendwas ich bin nirgends auf dem was du denn die fakten aber ja ein skelett das bist du nicht das ist ein skelett Hast du den? Ja Was ich druckbleibe Mistfick gib mir deine Schätze Ja es war doch so durchschaubar und du gehst dahin Da war vielleicht ein großer Schatz Stell dich auf die Stelle da Stell dich da mal draufstehen Ich ahne da wird irgendwas Gutes für sie Und? Mein Blick geht auf die Fackeln hinter der Mach Feuer Mädchen Hier ist noch ein High Spot Tatsächlich dann geht die Fackeln nämlich an Bist du voll hell? Ne ich setz mal Bist du voll? So ein ganz kleines bisschen fehlt mir Ne ich bin ziemlich down Ich setz meinen ein und nehme den Jo Hat heute nicht geklappt irgendwie Das war mich irgendwie keiner Hm Wir finden schon wieder einen ne? Pfff Stell dich genau dahin Caddick Ich stehe hier Pfff 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 Ich leuchte und dann ist ja wirklich so ein Haufen Skelette, oh shit, da hat nur was so gezwitscht. Warst du hier nicht schon? Jaja, und da war auch ein Skelet, als ich letztes Mal rauskam und ich hab's getötet und jetzt war wieder nichts. Wie froh ich wäre, dann wieder auf so einer Plattform zu sein. Ich fahr uns da mal hin. Ich weiß nicht, dass wir erst das Herz da abgeben sollen? Hast du das Herz denn schon gefunden? Ja, in der Leiche, die du verbrannt hast. Da war doch nicht das Herz, da war die Leiche drin. Ständig nur die Asche war da drin, das wolltest du uns sagen. Exakt, und davon machen wir mal Zeit. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Ding. Was will es mit uns sein? Soll ich es sehen, was für ein Ding meinst du? Hier. Siehst du nicht das Licht? Ah, das hab ich durch Y, glaub ich, gekriegt. Hm. Okay, dann weiß ich nicht, was wir uns sagen sollen. Ähm, komm, wir machen mal den Schlüssel benutzen. Guck mal. Das Licht sagen wir immer noch, dass wir da hin sollen. Hm. Guck mal, wie's hier weitergeht. Na, mach ich, mach ich gefasst. Ah, guck ist ganz friedlich. Lass die Tür nicht zu fahren. Guck mal, wenn ich bei mach. Warum könnte ich den Drängen hier aufnehmen? Ha, da ist das Herz. Ich, ich mach das hier. Jetzt nehmen wir das hinein, da war immer ein Kurs bestimmt. So, denn jetzt funktioniert. So. So. So, jetzt funktioniert. So. So. So, allwürdiger, mussher zu gehen. Wir sind hier ja nach. Eigentlich ganz witzig so. Bla 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 bla. Oh, my God. Ich hab mich daneben geschossen. Die war noch nicht aktiv oder wie scheiße groß diese glocke also ich meine so richtig ich habe kein reines herz aber eins aus der kiste das ist das fast genauso was mal gesehen wie die wackeln wenn ich mich drehe die schwengrich so nach guter entgegen oder druckplatte ich glaube man muss da drauf tue es nicht zu mir da stehen wir am besten bei dir ja jetzt aber sex gut du sollst dich in den kreis stellen im feuerkreis in den hier versuch mal da zu stehen naja das ist okay ist gut okay ich hab dich im visier jetzt bewegt dich nicht von dieser fucking platte kohler egal was passiert das sind sand raus das ist ja oh mein oh shit es ist so skelettos Wer hat's wieder ein Problem? Ach, absolut ist. Toll, die komplizierte Rätsel. Ja, du musst dich wahrscheinlich da hinstellen, weil ich einfach zu leicht gewesen hab. Ohhhh. Ich glaube, wir sind nicht allein. Oh, Kontakt. Sag, nicht das Ding bewegen. Ich fand einen näher ran. Ich hab ihn getrafen. Oh, hier ist noch einer oder ist der selbe, ich weiß nicht, oder? Oh, oh, der ist böse. Kann sein, dass er noch gar keinen... Ich schieße. Ich hab eben einen Treffer gemacht, aber dann auch nicht mehr. Bei mir schießt sie immer in so eine Ecke. Treffer. Ich mein, nur manchmal ein bisschen. Jetzt ist mein Schuss abgeprallt. Jetzt hab ich keinen Treffer, Mann. Die Fahrenkreuz wird auch nicht rot. Nice. Ich hoffe, er kriegt keinen Damage. Wir müssen noch rüber. Ich frost ihn. Oh, es war gar kein Frost. Hab ihn. Ach, so müsstest du dir eins... Was denn? Meine Pfeil. Ach. Ich will lass versuchen, erst oben diese eine Tür noch zu holen. Ja. Ich hab auch kurz einen Riesenbogen um diese Platte. Was ist das für ein Freak-E-Shit? Manchmal kann ich eben gesteuern, wenn ich renne, manchmal nicht. Das ist eine Gruppentür. Aber, hm. Weil das Problem sehe ich, wenn wir hier jetzt durchgehen, dass wir das Unfälle nicht mehr zu Ende bringen können. Ja, das ist natürlich shit. Komm, wenn man das... Weil unten gibt's keinen anderen Weg, weißt du? Ja, das rieche ich halt. Es ist abgeschlossen, so wie das eine mit dem Grab einmal. Ja. Wo die anbeigen Gräbern nie aufgetaucht sind. Das ist bestimmt super dauerhaft, der Big Scout. Oder Rüstung, weißt du? Rüstung, das ist wahrscheinlich eigentlich die, dass man eine richtig gute Anfangsrüstung hat. Okay. Okay. Und? So, jetzt bin ich mir über gar nichts mehr sicher. Ja, boah. Ich auch nicht. Endlich wieder ein langsames Ding. Hm, natürlich auch nicht. Ach, das ist doch hier. Siehste? Wir haben diesen ganzen shit gemacht, für diese Apex. Sick. Ne, da kommt man wieder hier unten rein. Ah. Mit 15 Aufladung. Das ist noch nicht mal eine coole. Ja, ich glaube, die werden totally gegambelt. War nice, wenn wir alles im Rätsel gelöst. Und hatten eine Menge Spaß, und wir werden fast gestorben und so stuff. Ja. Ja. Das nennt man wohl Abenteuer. Das sind immer Probleme mit sowas. So, ich bin wieder full health mit zwei Tränken. Wie sieht's bei dir aus? Ja, same. Hm, schade. Schade, du, wie sieht's bei dir aus? Jetzt liegt dieser Tränk. Ah, das spielt ja. Ach, mach's weg, cool. Ah. Ah, dann, dann benutze ich den Tränk. Zünde es mit nem Brandpfeil an. Och, ich wurde schon wieder verarscht für nen Tränk. Ich glaube, du darfst echt nicht über den Tränk stehen in jemandem. Ach, ein Feuermännchen. Was haben wir denn? Such doch nur nach einem Grundlaufen. Ich seh gar nicht, was sonst sind sie, Alter. Da muss man schnell sein, ist wie. Oh, aber du wirst das für nen auch gehen. Kann man nicht durch. Was ist los? Nichts. Ist halt so gruselig. Nicht einsam. Da sind mal einer. Einmal. Ja. Ich hör sie. Schrieker. Ja, ist ein Schrieker oder was, was schon tot ist. Ist klar. Ist klar. Oh, so ein Resurrection. Hier. Hab ich auch mal einen, ne? Dann bin ich glücklich. Hilf mir. Oh Gott. Cool. Das sind Insekten. Insekten sind gefährlich. Hätte ich gewusst, dass jetzt nochmal so viele kommen, ne? Hätte ich das Ding dann übersetzt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir nicht mehr von diesen blöden Viechern treffen. Fünf Prozent. So wahrscheinlich wie das Fluch in einer Bar mit einem Minotaurus flirte. Scooby. Naja, die hatten da ja Mars-Raping. Komm mal. Jupp. Ein Incident. Wissen. Ich war ein Soldat des großen Königs von Marktwert. Ich kämpfte im großen Krieg gegen den Tyrannen von Kalamorch. Okay. Wie auch mein Vater, mein Bruder und mein Sohn. Eigentlich heißt es meine Brüder hier im Untertitel. Und also starb ich. Wie mein Vater, mein Bruder und mein Sohn. Ähm, okay. Der hatte Todskröder, das wollte er uns jetzt so Schockermäß präsentieren. Wärst du ein Geist? Würdest du nicht versuchen, an deiner Schockertechnik zu fallen? Das stimmt aber. Das stimmt. Das sind alles so Schrieker-Bootplätze. Nein, ist okay. Mir geht's gut, aber. Weil da die Fünf-Tausend, da passiert bestimmt irgendein Schiefen. Irgendein Schiefen nimmst du? Das Ding erinnert mich an Resident Evil. Da wurde es auch nie besser. Oh ja. Er hatte immer weniger Munition, aber besser abgegradete Waffen. Oh, hallo. Und die Location wurde auch nicht mehr mehr. Wie wär's, wenn du uns dankst? Aber die Götter haben euch zu mir geschickt, nicht? Na? Und sie werden dich auch auch. Wir suchen gleich der Tochter des Oberbürgermeisters. Hast du sie unter den Gefangenen bemerkt? Ja, sie gehört damit zu den Ersten, die sie weggebracht haben. Wohin? Weggebracht? Magst du das, wenn ich dich so schubse? Kann ich dich das nächste Mal stärker schubsen? Schon fast im Stoßen. Ja, ne. Sie ist da nichts. Boah, wir haben... Aber jetzt plötzlich alles superhell. Oh, nein, das kommt noch. Das will ich jetzt mal sein. Was denn der Teufels mal sein? Ich will mal wieder specken. Ja. Boah, cooler. Der Wunsch ging in Erfüllung. Tschschsch, Energie. Energie. Tja. Sechs Stück hab ich hier. Glaub ich schon mal mal irgendeine Magie. Hm. Aha. Wenn du die Zaubertaste gedrückt hältst, während dieser Zauber ausgewählt ist, gibst du deinem Partner eine Kampfaufladung. Das sind die Kampfaufladungen. Ah. Während dieser Zauber auswählt. Okay. Gedrückt halten, um Kampfaufladung zu machen. Nur drücken, um Action zu machen. Scheinbar. Jetzt hab ich aus Versehen scheiße, wie es geht. Nein, es war es so. Nein, es war es so. All righty. Oh. Oh. Guck, hier kann ich nämlich hier alleine durch. Jetzt muss ich vor. Weiß ich, mit diesen Waffen ist er echt kritisch. Aber das, wenn es hier Schrieker gibt, da kann ich ihn nicht weg. Die Dorn läuft schon jemand, er öffnet schon das. Oh, das Feuer. Ich treffe ihn daneben. Oh Gott, ich habe Feuer daneben geschaut. Was ist denn jetzt? Ich bin auf dem Desktop. Warum? Äh, bin wieder da. Ich liebe solche Exploits, oh. Für sich quälen, hä? Für sich quälen. Wunderschön. Oops. Oh Gott, Kontakt. Outsch. Aha. Ich will mir den Schützen. Oh. Oh shit. Schmerzen. Schütze ist done.